Noch weiter 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 Ja fahr einfach weiter Ja die Infanter ist vielleicht hier Wir schieben ihn Feindliche gar nicht 10 Meter neben uns Rennen damit ihn Jawoll Guten Abend Spawnst du bitte beim oberen? Jawoll So Alöde Shorten Bewegungsmarker gesetzt Ja halt Fahrzeug halt Wir können bis zur nächsten vor Bei PING ist eine MG Stellung Incredible Falls du ein Panzer siehst Wir haben einen gemacht Ich stiebe ihn mal Dann machen wir aber einen Rückzug Ja Ersten oder zweiten Gang bitte vortasten Okay wird gemacht Fahrzeug halt Fahrzeug halt Der längste im Batterie Auf 80 Ja ich sehe hier Feind Zwei Mann Zwei Mann Feind Zwei Mann in der Stellung Wie eine Jawoll 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 Das muss treffen Jawoll Abtreffen Perfekt Das Panzerfahrzeug links Was schießt Hat bestimmte Aufmerksamkeit Erregt Das heißt bald den Rückwärtsgang einlegen Ja Rückwärtsgang Dann Fahrzeug vor uns Fahrzeug kommt auf uns zu Kompel Zurück 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 Ich eröffne nicht das Feuer Feuer raus Feuer Er hat's geschafft Naja, der hat das, 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 äh, schnell aufgepockt. Ja, der kam da aus der Smoke raus und dann... Hallo Männer, oben spawnen, ihr habt's schon, sauber. Ja, natürlich, einer schon, der andere redet sich da nicht. Ah, der ist ja da. Sehr schön. Warte, ich mach noch ein Foto. Ja gut, da würde ich jetzt nicht mehr so sportlich fahren, wie ich eben fahre. Ich gehe über die Kante. Ja. Hö, ho, zack. So, ja, Fahrzeug, ja, vorsichtig, aber, äh, 100, die läuft da noch. Ja, direkt vor uns. Schön. Ist ein bisschen wackelig, ein bisschen wackelig zu markieren, aber hier auf der rechten Seite, genau dort, wo der Bewegung, äh, der Angriffsmarker ist, da ist es fein. Ja. Okay, wir sehen alles, aber wir sind sehr greifbar, ne? Genau auf fein. MG, ja, ja, passt ganz gut, ein bisschen, ja. Zweiter Infanterist, genau, auf Ping. Äh, sagt nur, ob zu hoch oder zu niedrig. Ja, sieht ganz gut aus. Aber er ist weggerobbt, er ist jetzt hinter dem Holz da. Uh, der könnte... Hat den Treffer, hat den Treffer. Der hat gesessen. Ich hau euch jetzt gleich einfach mal rein, ne? Wenn ein tot ist, dann sind wir uns direkt rein. Wenn ihr ihn direkt nicht seht. Infanterie auf Ping. Äh, 105, zwei Leute. Einer tot, der zweite ist in der Stellung. Bei 105. Genau neben dem Flaggsteinwerfer. Test 1, Heddy, hab Ping gehört. Haha. Hinter uns, hinter uns. Ich prüfe. Hinter uns? Ah, okay. Ja, ja. Ja, ich sehe ihn. Nicht so prass. Ich drehe das Rohr. Ja, ungefähr dort bei Ping ist er. Ich sehe ihn nicht genau. Infanterist oder was ist es? Ich vermute ich. Ich denke, ja. Wohl gemerkt, mein Turm ist jetzt noch ziemlich hinten. Wir stehen direkt neben der Garni, falls du behürdet werden solltest. Wir stehen direkt neben der Garni? Feind? Nein, neben unserer Garni. Ja, ich drehe mal den Turm wieder nach vorne. Ja, mach das. So. Ich fag jetzt mal aus, wenn wir verlieren. Ja, ich spiegel so lange ein Feinfahrzeug. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Infanterie-Kontakt. Scheint ein Offizier zu sein. Kommt auf uns zu. Wir laufen bei Ping Richtung 250. Ich drehe den Turm. Ich drehe den Turm. Bei 250. Ja, hör nicht auf zu pingen, bis ich Bescheid sage. Er ist jetzt hinter dem Gebäude. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, sehe ihn nicht. Okay, ja, ja, ja. Kommt, was schon da ist, hat er da. Ich weiß nicht, ob ihn das mitgenommen hat. War nicht noch heiß. Hier stimmt was nicht. Hier kommen Granaten angeflogen. Kommt hinter uns. Nee, er wurft Granaten. Ja, der wirft keine Granaten. Er hat sich überlebt. Er smogt sich ein. Er ist genau am Gebäude. Bewegung, wir gehen in die Bewegung. In die Bewegung. Er ist jetzt ganz genau hinter uns. Richtung 160. Könnte gepasst haben. Nein, er lebt noch. Direkt an der Ghani. Er ist an der Ghani. Er will abbauen. Er liegt neben der Ghani. Er will abbauen. Ja, ja, ja. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe da rein. Ja, sauber. Ja, ja, ja. Da fliegen Körper rein. Sehr interessant, dass die Ghani das aushält. Ja, ey. Wie lange hier? Deutsche. Werftsmanship. Genau. Ich drehe den Turm bitte nach vorne. Ich gebe euch einen neuen Bewegungsstrahl. Prostweg. Prostweg. Ich drehe den Turm nicht runter, wenn wir ein bisschen rückwärts fahren. Ja, stopp. Und? Steht noch. Er ist tot. Also der typisch Wegkundi gar nicht steht noch. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ah, aber der soll... Keinen. Wir müssen jetzt in diesen Panzer noch ausschalten, dann aber schnell nach vorne. Das habe ich verpasst. Aufkleben, das Flugzeug habe ich noch gesehen. Ah, wir haben hier einen Panzer. War das ein Panzer oder Infrabrief? Ich sehe nichts. Da. Da. Das kam wieder hinter uns. War eine Bazooka. Das ist ein Panzer nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Ich fahr auf den Rechten mit dem Panzer zu. Links von uns haben wir unseren Leittank stehen. Der bewacht uns zu einer linken Flanke. Sehr gut. Vor uns, nahe Infanterie. Hau rein. Da ist er. Er liegt auf dem Boden. Die Sau. Zu nah, zu nah, zu nah. Unter uns. Panzer. Panzer, äh, der Große, äh, ne, Krumpel oder der Große. Kannst nicht genauer, der steht unter uns. 80 Meter. Eine Etage unter uns. Verstanden. Siehst du? Passt du dich ein bisschen langsamer weiter vor? Weiter vor? Er kommt auf uns. Mein Räusch zu hoch. Er fährt zurück. Er zeigt auf, mit der Kanone auf uns. Es sind zwei Panzer. Vorsicht, zwei Panzer. Er steht direkt unter uns. Nee, nee, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Wir schaffen, weiter vor. Äh, nehmen wir uns das Infanterie. Ja, links neben uns. Viel Infanterie. Ich kick's runter. Oh Gott, oh Gott, Leute, Leute. Links neben uns zehn Infanteristen. Gerade, gerade, fahr, fahr, fahr. Ich kipp' ihn, ich kipp' ihn weiter. Nicht stehen bleiben. Gerade, fahr, 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 fahr. Ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee. Okay, jetzt zurück, jetzt zurück. Ich hab' die Wege. Oh, ich hab's fast. Weiter vor, weiter vor. Dann schaff' ich ihn. Er kommt hier runter. Ich kick's, ich krieg's noch nicht runter. Du musst vor, zehn Meter vor. Vor, vor, vor. Noch weiter, 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 weiter. Ja, vereinfach, verein. Treffer. War zu kalt. Jetzt wird direkt hier abhauen. Okay, da toppen Granaten, ja, ja, ja. Schau, da. Schönes Ding. Okay, hops. Rechts müsste auch noch ein sein. Ja. Dreh die Bande rechts. Umdrehen, umdrehen. 180 Grad. Hart rechts, hart rechts. Die Bande drehen. Lightpack ist direkt hinter uns. Zehn Meter hinter uns. Verstanden. Ich dreh den Turm. Wir haben Infanteristen auf der Haube. Macht erstmal nischt. Lightpack fährt an uns vorbei. Die werden gerade auch von der anderen Seite schocken. Ja, die Infanteristen fährt hier. Ich seh' das Fahrzeug nicht. Wird einfach überleben wollen. Wir schieben ihn gerade. Wir schieben den Lighttank. Er ist direkt neben uns. Er versucht, er versucht, unser Kanon zu fahren. Ah, okay, warte, ich schieb ihn hier weg. Er ist schwer, er ist schon schwer. Er ist schwer, er ist schwer, er ist schwer. Ich drehe den Turm. Ich drehe den Turm. Er ist zerstört. Der Lighttank ist geplatzt. Fahrzeug von rechts. Der hat zumindest Fahrzeug von rechts. Der ist Fahrzeug von rechts. Wir sind 23 auf Ping. Sehen nach rechts zwei. Okay, wir wurden geraucht. Bewegen wir uns. Hinter der Ruine vor uns. Nein, gar nicht. Feindliche, gar nicht. Feindliche, gar nicht. Zehn Meter neben uns. Links neben dem Haus, was vor uns steht. Links neben dem Haus, verstanden. Ich drehe den Turm. Hör nicht auf zu pingen. Ich sehe es nicht. Ja, Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Und rein damit. Jawoll. Zerstört. Alter, das war der geilste Angriff, den wir je durchgeführt haben. Easy. Okay. Ich richte mich Richtung wo aus dem Schmack aus. Links oben auf dem Hang. Wieder ohne letzten Funkspruch. Infanteristen hier oben auf dem Hang. Infanterist, verstanden. Ich drehe den Turm. Aus. Wir können dann voll rauf halten. Ich fahre rechts an der Karre vorbei. Ja, verstanden. Vor uns im Batterie? Ja, ich lade nach. Boah, ist das ein schöner Einmarsch. Leute, ey. Das macht doch krass. Gib ihm. Ja, ich kicke den Turm nicht rund. Ach gut, ich schaue weiter vor. Ich schaue einfach weiter vor. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt Batterie im Nacken und jetzt drücken wir die Batterie raus. Und hier direkt rechts unter uns auch. Der hat Minen gelegt, bin mir nicht sicher. Ja, ja, der nutzt uns gerade etwas. Ich ziehe mit zurück. Ja, ja. Ah, der Infanterie ist hier oben. Der hat die Check-So. Auf Fing. Er lädt nach. Kannst du mir mal hinten sagen, wie es aussieht, damit ich richtig den Griff fahren kann? Hinten ist frei. Du müsstest ein bisschen links einlenken. Ja, weiter, weiter. Ja, sehr gut. So ist gut, so ist gut. Gerade, gerade jetzt. So ist gut auf der Straße. Er wird einfach reinhalten. Geradeaus drauf hier. Von da oben sporen geht. Ein Stückchen kannst du noch. Zehn Meter etwa. Okay, ich würde auf die Infanterie warten, dann gehe ich raus reparieren. Ein bisschen noch fünf Meter. Karte Stellung. Hier bist du relativ sicher, denke ich. Ah, unsere Verfärkung ist gleich da. Danke fürs Spielen, Jungs. Ihr wart klasse. Nein, danke davon. Wir haben hier den Weg freigemacht. Danke. Ne Ada. Hi. Und da. Heißt von hunderttausend Leiden. 1 2 1 L